Was ist dir selber? Gefällt dir dein Event? Mein Event, ja. Mein Event? Ich sag jetzt einfach mal unser Event. Unser Event gefällt mir sehr gut. Die Jungs sind gut drauf. Die können auch alle ganz schön gut Rad fahren. Die sind ganz schön überrascht. Und die Völker waren auch locker. Ja, richtig geil. Macht voll Spaß. Und fürs erste Mal denke ich, ist alles ganz cool. Cool. Ja, richtig geil. Ja, richtig geil. Ja, richtig geil. Habt ihr eine geile Zeit auf dem Rad gehabt? Oder was denkt ihr? Ja, auf dem Fall. Fakt ist auch echt cool. Ja, im Endeffekt, das Einzige was heute zählt, ist Radfahren und Spaß haben. Und natürlich eins der neuen La Bomba Bikes zu testen. Scheint den Kitz zu taugen und läuft. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.